Es hatte ein Bauer ein schönes Weib, er blieb mit ihr gerne zu haus. Sie hatten viel Spaß und zum Zeitvertreib zog er ihr die Stallstiefel aus. Dann warf er sich mit ihr ins Heu, dann warf er sich mit ihr ins Heu. Wir sind ja schon alle da. Einen schönen guten Abend meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie hier bei uns in der Meulesmühle begrüßen zu dürfen. Wir haben... Er leckt mich am Arsch. Wie seh schon du aus? Ist ja egal. Hau auf, Menschenskind. Es ist mir gelungen, oder es ist uns gelungen, hochkarätige Künstler hier bei... Bist du eine Bauersmeid, schau her, nimm mich zum Zeitvertreib. Jetzt hau endlich ab, Mensch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist uns gelungen, hochkarätige Künstler für den heutigen Abend zu gewinnen. Guck, guck, ich hol dir auch die Eier und bring das... Bring das Heu dir in die Scheu, ja. Guck, guck, guck. Da bleibst du in Stände. Guck, guck. Heute bei uns hier zu Gast, zuerst die Gscheitles. Das sind der Markus Neuweiler und die Birgit Pfeiffer. Und dann aus dem schönen Sauerland der Herr Fröhlich mit absurden Clownesken. Ja, und für die Landfrauen speziell von mir für Sie, Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Ja, klar. Das werden dir schon wieder eingefallen, Herr Gutt-Normale Aperauer. Hä? Ja, nur da bloß helfen will. Ach was, du musst mir nicht helfen. Was soll das überhaupt, dieses dackelhafte Rumgekasperte, dieses außerirdische Outfitter? Ich bin weder dackelhaft noch außerirdisch. Bin einfach schaumäßig gut drauf. Seit wann denn das? Seit mein Leben wieder eine Perspektive hat. Oh, und seit wann hat dein Leben wieder eine Perspektive? Karle, du kennst ja die Sendung Bauer sucht Frau. Dann ja jetzt wollen wir mal reingeguckt, aber das ist ja eher so für die Generationen mir ist nichts peinlich nach dem Motto, ein Daufer in der Lederhose bringt in der Glotze billig Quote. Ist mir egal, da mach ich mit. Ja, aber Albin, du bist weder ein Bauer und schon gar keine Frau. Gibt's jetzt auch anders drum. Jetzt gibt's ja auch das, dass also eine Bäuerin einen Bauer bzw. Mann sucht. Wenn sie mich nimmt, hat sie der Richtige gefunden. So, so. Ja, und du meinst, woher weißt du, dass das das Richtige für dich ist? Irgendwann bin ich ja naturverbunden und zweitens sind die Bäuerinnen, die einen Mann suchen oder einen Bauer, die, du, die haben meistens so richtig tolle Höfe, manchen sogar richtige Herrenhäuser da. Ja, schon, schon, schon. Aber du Albin, es gibt auch arme Bauern, gell? Ja, ich nehme reiche. Na du, es gibt aber auch dumme. Ich nehme gescheite. Ja, man sagt aber, die dämpfte Bauern hätte die größte Kartoffeln. Ja, aber manche Bäuerin kann nicht nur Kartoffeln lesen, sondern auch Buchstaben. So. Ja, aber die liest ja dann die Metzgerzeitung oder den fröhlichen Landmann. Es gibt aber auch Bäuerinnen, die können richtige Bücher lesen. Und du, was eine Bäuerin liest, das nimmt sie sich zu Herzen. Ja, mehr als andere Frau. Ah ja, Jan, grad gestern in der Zeitschrift gelesen, da hat ein Bauer am Stammtisch erzählt, dass seine Frau das doppelte Lottchen gelesen hat und hat sie den Zwilling gekriegt. Und da hat der andere gesagt, das ist ja gar nichts meine, die hat das Schneewittchen gelesen, jetzt muss ich sieben Meuler stopfen, nicht? Und dann ist der dritte aufgesprungen und hat geschrien, Leute, jetzt pressiert's, meine liest grad Alibaba und die vierzig Räuber. Und das hast du in einer Zeitschrift gelesen? Ja, erst gestern. Aha, auf der letzten Seite. Ja, ich lese Zeitungen und Zeitschriften immer von Händen. Woher weiss jetzt du das? Mein Gott, weil es in der Regel immer die Witze ist, du Bachel. Ist mir egal, über vieles wird klacht und gespottet und trotzdem steckt in allem ein Körnchen Wahrheit. Das mit dem Spottet, das war gut. Das gibt mir nämlich eine elegente Überleitung zu unserer ersten Gäst. Ja. Jetzt bei uns, also mit einem wunderbaren Sketch über eine Sache, die also nur bei uns im Schwäbischen so richtig stattfindet, nämlich die Kehrwoche. Über nichts ist so viel gespottet worden wie über die Kehrwoche, nicht? Kalle, das ist super. Da kurbel ich mal den Vorhang auf. Mach mal. Jetzt Vorhang auf für die Gescheitles mit ihrem Kehrwochen-Squatch. Das ist ja was Herrliches in unserem Schwabenländli. Da freut mir sich die ganze Woche aufs Wochenende. Auf der Samstag, auf der Kehrwochtag. Das ist ja bei uns im Schwabenländli ein Ohrgeschreibensgesetz. Aber jeder hält sich dran. Und mein Mähli und ich, wir gehen auf alle Fälle so in Urlaub, dass wir sonstig wieder daheim sind. Ja, ihr lachet, jetzt überlegt euch mal. Da hätt womöglich jemand auf den Birgenblättln ausrutschen und sich den Haxen brechen. Wobei, das ist ja gar nicht meine Birgenblättln ausrutschen. Ja ja, die sind nämlich von der Agardiumblätte, Birgenbomte Hippe. Weisst ihr was? Heut isch du ihm mal dran. Grat zum Bossen. Ja, vier. Ja, vier heut liegt sogar halbes dran an. Sonst muss ich immer bloß eine halbe Stunde im Kreisraum kehren, bis jeder auch gesehen hat, dass ich meine Kehrwoche gemacht hab. Aber das heut ebens dran an liegt, wo es doch die Woche so ein starker Westwind gäbe, hat er mich doch alles zu Elsbeth nie bewehren. Jetzt guck mal da noch. Bei derer sieht's schon wieder geschleckt aus. Wo möglich auch die das zu mir rüber da. Aber nicht mit einer Freundin Agathe. Bei uns im Schwabenland wird's so gekehrt, so wie's die Natur nahe weht hat. Ich glaub, wie ich spinn. Schon wieder er lässt bei mir und der Jungen schlag ich auch noch den Hals nahe. Ich mein, schönes Kindi, wenn ich den verdwisch. Guten Morgen, Elsbeth. Ist gestern wieder Freitag gewesen? Haben ihr gebatet? Warum? Ah, des weiß doch im Pflege jeder, dass ihr schon immer freitags badet oder ne samstagsweite rechte Leute. Weil ihr noch das Badwasser abschöpfen könnt. Und am nächsten Tag mit Strassbohnen oder das Auto waschen könnt. Das ist doch ein saudoms Geschwätz. Die Neid ab den Kaugummiflecken von dem Jungen hab ich weggerubelt. Die sind nicht von dem. Feilig, das sähe doch von meinem Küchenfenster aus. Der hätt er lieber ebbes gescheit schaffen. Hätt er gar keine Zeit, um bei mir auf einem Trottwarr umeinander zu spucken. Der schafft doch ebbes. Aber was noch? Der ist Geistesarbeiter. Weisch? Nicht nur hier muss man es haben. Auch hier. Der meditiert jetzt. Aber das ist Top-Secret. Was für ein Sigret? Top-Secret? Das ist britannisch, verstehs? Also das heisst quasi geheim. Echt? Was er bei dem Meditieren so genau macht, das könnt er auch nicht sagen. Mir ist halt wichtig, dass er nicht dumm rumhockt und nix tut. Noch soll er lieber meditieren. Da hast du recht. Dumm rumhocken. So wie unsere Männer. Wo bald ellenabend in ihrer Stammtischbeutz hocken. So isch. Und Männergespräche führen. Wobei die Männer ja bloß zwei Themen haben. Sex und nackte Weibach. Ja, Pui Teufel. Genau. Elsby, das weiß ich noch, wo ich mein kennengelernt hab. Das war so ein herzensguter Mann. Der hat mir alleweil Blumen mitgebracht. Oder ein Gedichtchen geschrieben. Und der hat so schön da kennengelernt. Und kaum hab ich einen gehiratet gehabt, dann rilpst du und furzt du halt so. Du, du haltel, haltel, haltel. Haltel, haltel, mali, was machst denn du da, Agathe? Ich kehre dir deine Blätten wieder, wenn's dir nix ausmacht. Meine? Ja, Momenten, mali, das sind doch eure. Das isch ein Lätengeschwätz. Auf eier Stiegli sind sie nahegehagelt. Also müsst ihr's auch zusammenlesen. Ja, aber von eurem bläden Birkenbaum sind sie. Also bist du dran. Wer da bläden ist, das bist du. Du Sparafondel. Oh, Sparrenfendel? Jawohl. Das hat aber bis heute zu mir noch nicht mehr sagen dürfen. Na, wird's Zeit! Du, du Staubhinde, du! Staubhinde? Und du, du hast ja Ohren so groß wie Rabarberblätter. Du hörst ja das Gras schon wachsen. Und du, in ganzen Flecken hast du um einen Ende erzählt, wärst nach Stugend gegangen ins Marienhospital, zum dich liften lassen. Ja, da war ich auch. Aber nicht zum dich liften lassen. Sie hat sich die Ohren zurücksetzen lassen, damit sie das Maul noch weiter aufbringt. Was? Das ist doch nicht. Elfbeth! Verstaffte! Weisst du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir sind eigentlich schon länger abends zusammen gehabt und haben mal ein bisschen miteinander geschwätz' oder ein Spiel gemacht. Habt ihr da heute Abend Zeit? Nein! Wann soll ich kommen? Wann soll ich kommen? Oder wie? Halt! Das ist falsch. Das ist verkehrt. Ich habe gar nichts. Ich muss fahren. Seit wann spielt ihr denn schon? Seit wann kehren ihr zusammen? Kehren? Seit wann kehren ihr zusammen? 22 Jahre. Kehrt ihr schon? Aber nicht privat. Nur auf der Bühne. So ein Leben kann ich daheim nicht brauchen. Das kann ich nicht. Was bietet denn unsere Stumpfes heute? Stumpfes? Die macht heute einen schwäbisch-pietistischen Antrag an eine Frau. Oh! 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 Erlaube mir, feinst Mädchen, in den Garten zu gehen. Oh! Oh! Ich mag dort schauen, wie die Rosen so schön, erlaube sie zu brechen, es ist die höchste Zeit. Ihre Schönheit, ihre Jugend hat mir mein Herz erfreut. Doch Mädchen, oh Mädchen, was muss ich da sehn, was dir hängt im Gesichte, ist wahrlich nicht schön. Es ist ein Boot, ein Wagen, man kennt auch Sagerrutz. Jetzt gang und busst ein Bahrhacker, sonst kennt's nur sei, ich putz. Du Alvin, was ich dir vorher noch entfragen will. So frage mein Freund und es soll an einer Antwort nicht fehlen. Meine Schwester nicht so geschwolle daher. Mich täuchert, dies war keine Frage. Sag mal, glaubst du im Ernst, dass du in diesem Schmierentheater eine moderne Landfrau hinter ihrer Mischte vorluckst? Ich suche auch keine mit der Mischte. Sondern? Eine, die in einem Herrenhaus wohnt mit Ländereien und mit Viehherden und mit Gesinde. Und Schulden. Wir leben ja da nicht von den Kartoffeln, sondern von den Subventionen. Und morgens, da sattel ich mein edles Ross, reite über meine Güter und erfreue mich an den fleißigen Knechten und Mägden. Genau, Mägde. Ist die Bäuerin richtig sauer, so liegt's an deiner Markt und auch am Bauer. Und am Mittag sitzen wir um einen großen Tisch und stärken uns mit Essen und Trinken. Trinkt der Bauer recht viel Rum, dann werden alle Furchen krumm. Und abends sitze ich dann am offenen Kamin. Hat der Bauer kalte Ohren, dann hat er seinen Hut verloren. Und wer im Juni einen hebt, der hat den Maibock überlebt, ich weiß. Mensch du, mit deiner blöden Bauernregler, du machst mir meine Idyllen nicht kaputt. Albin, wach auf. Es gibt nicht nur diese wunderbaren Herrenhäuser und herrlichen Höfe. Es gibt zum Beispiel auf der Rauhen Alb Nebenerwerbsbauer. Verstehst du? Die müssen morgens ab 5 Uhr aufstehen, dann gehen sie in den Stall, dann auf den Acker und dann ins Geschäft. Bei der Sendung, wo ich mitmach, die heißt ja net, Nebenerwerbsbäuerin sucht Nebenerwerbsbauer. Mensch, ich bin ja kein Tor. Aber du weißt schon, wie viele Tore ein Bauer braucht. Ne? Ein Haustor, ein Hoftor und einen Traktor. So, wieso schwätze ich eigentlich noch mit dir? Mach's eigentlich, weil du einen Freund brauchst, der deine Hirngespinste ins rechte Licht drückt. Wenn einer lichtverrückt, das heller wird, dann ist das meist ein Bläderwirt. Ja gut, das war hell war's net, also gescheit war's net, aber jetzt wird's besser. Pass auf, hier stehst du nun, du viertes Tor und bist so klug als wie zuvor. Und das war fast Goethe. Der Künstler, der jetzt kommt, das ist gewiss kein Tor, sondern ein Clown. Also der hat einen sehr skurrilen Humor, also sehr schwer zu beschreiben. Am besten guck ich den einfach mal an. Vorlauf für Herr Fröhlich. Da ist er. Und ich muss sagen, ich bin ja fröhlich, weil ich der Erfinder des günstigsten Musikinstrumentes bin, was es auf der Welt gibt. Schauen Sie mal hier. Der holländische Salatgurke. Ja, ist ehrlich, war gut. Es macht's am Anfang ein bisschen teuer. Man muss so einen Akkuschrauber dazukaufen. Ja, aber dann einfach einmal hier so durchgebohrt. Und ich sag Ihnen, ja, schon kann der Party losgehen. Komm alles klar, wie soll ich der Dasein? Passant rein. Komm alles rein. Ja! Ich fand's auch gut, ja, wobei sie damit natürlich wissen, dieser Programmteil steht unter dem Motto, wenn du die Harfe zupfst und das Horn tust tröten, dann klingt's, als ob die Engelchen flöten, doch wenn du die Harfe trötest und zupfst das Horn, dann hast du deine Psychopharmaka verloren. Ja, sehr witzig, schön, schön. Ne, wenn sie jetzt nochmal gucken, das konnten sie am Anfang nicht direkt so sehen, was fällt ihnen da auf? Erfolg macht sexy. Danke für das mitleidige Lachen. Hallo, ich könnt's ja alle haben, wenn sie wollten. Also gut, das muss ich dazu sagen, da hatte ich zum Glück aber in der Zeit, oh, sie müssten sich jetzt gerade mal sehen, sind sie sehr schockiert, das wird schon, da hatte ich in der Zeitung gelesen, wenn du Erfolg bei der Frauen haben willst, mach Hausarbeiten, hab ich hier mal diese Erotik-Wischmoppflöte entwickelt. Erotik-Wischmoppflöte Dold, ne? Hätten Sie das heute Morgen schon gedacht, ja? Da werden Sie bestimmt auch nicht wissen, dass ich der Erfinder des deutschen Stadtgedichtes bin. Gedichte zu bekannten deutschen Städten. Ich gebe mal ein Beispiel, ein bayerisches Touristenörtchen. Sich des Weges nicht im klaren Pferd und Reiter uneins waren. Wer macht sich denn den Buckel rum? Sprach's Pferd und ritt im Kreis herum. Der Reiter stark empörte sich. Du blöder Gaul, was wagst du dich? Da sprach der feine Pinkel. Reit im Winkel. Super. Ja ja, gut. Deswegen sagt man ja Leitkultur ein bisschen wehtun muss es schon. Wobei ich auch, ich hab auch mal eins hier zu der Region gemacht. Pass auf, der Schwab mag den Badenser nicht, denn wenn der einen Trinkspruch spricht, geschliffen in prosaisch Reim, dann sucht ihn meist ein Pforzheim. Das hat weh. Das hat mal richtig weh. Aber ich sage Ihnen, Sie wissen gar nicht, was Schmerzen sind. Weil da muss ich dazu sagen, da hab ich jetzt noch einen echten Kracher. Also ich sage Ihnen gleich, wer psychisch nicht in der Lage ist, verlässt jetzt besser hier der Kneipe. Ja, ich sage Ihnen, jetzt, jetzt mach ich sie fertig. Nein, ich sage Ihnen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das bringt einem doch ne Tränensäcke zum Platz. Ja, und da werden sie mit Freude noch mein Schönstes aller Stadtgedichte auch vernehmen. Die schönste Stadt des Ostens. Es gibt ein seltsam Phänomen. Feinen Damen ist es sehr unangenehm, dass wenn du grad gepopelt hast und den Popel zwischen der Finger fasst, was machst du dann am ehesten? Oh, du Dresden! So was Blödes sieht man selten. Wobei, da sie auch feststellen werden, ja, hab ich gleich gedacht, ist doch eher so'n südländischer Typ, der fröhlich. Ja? Hallo, und das kann ich auch beweisen. Ich sag ja immer, was für den Schweizer das Alphorn, das ist ja für den Sauerländer das Schubgarre. Ja, ist wahr. Und da hab ich Ihnen mal hier jetzt noch mein Schönstes aller Stimmungsinstrumente mitgebracht. Hier, ich zeiget Ihnen grad, wie funktioniert. Gucken Sie hier. Herr Alpin, ich bin fertig. Warten Sie, hallo, bringen Sie mich jetzt wieder ins Heim. Ja, hallo, hallo. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Da darf ich nicht zu spät kommen. Ja, ich hab's ja vorher schon gedacht, also wenn man solche Sachen macht, muss man leicht alles am Schüsseln haben. Aber, also, was? Wollen Sie sagen, ich hab eine an der Waffel? Nein, ja. Da kommen Sie mit einer Waffel gar nicht hin. Wollte ich nur gesagt haben. Arno, Arno, da geht's nicht um Waffeln, sondern um Schüsseln. Das ist nicht so schlimm wie Waffeln. Ich hab ja gar nicht behauptet, du hättest was an der Waffel. Aber ich weiß, du bist aus dem Sauerland. Das ist schlimm genug. Aber, andernseits ist's ja auch gut, weil das ist ja nicht so dicht bevölkert. Und ich hab mir grad überlegt, wie du das machst, wenn du probst. Also, du musst ja, also was sagt denn deine Familie? Mein Gott, du blaust ja vor allem auf den Schubkarren rum. Das musst du dir mal vorstellen. Du musst dir ja vorstellen, ich bin in den Baumarkt gegangen, hab gesagt, hör mal, ich hätt gern eine Schubkarren. Dann hat der mich gefragt, wofür. Ja. Na, das ist hoffentlich nicht so. Verstehe. Nee, hab ich mich nicht getraut. Das wäre ein Grieber eigentlich. Sie sehen übrigens auch bescheuert aus. Was? 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 Ich bin hier neuer Zimmerkollege. Im Heim. Puh. Ja. Wir verbringen die Nacht miteinander heute. Wofür haben sie mich hier eingeladen? Dann mach dich mal nackig, du Schauer. Was? Was? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nein, da sind wir hier am Ende. Ich reibe mir vergnügt die Hände, weil nun wird's in der Birne dicht. Ich komme jetzt zum Schlussgedicht, mit dem ich diesen Tag beschließe. Ja, weil ich meinen Durst begieße. Der Albin sucht ne Beuringa. Mit einem Hof so wunderbar, wo alles automatisch geht und man von Subventionen lebt. Dann lasst ihn nur wieder träumen und das nüchterne Erwachen kommt. Leck mich am Arsch. Und bleibe gesund. Ja. 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 Du bist ja nichtçaig. Ich bin bereit. Nein. Ja. Du bist ja nicht name. Du bist ja nicht. G נקר ůר